Heute möchte ich das Buch »The Issue with Chronology« von Anatoly Fomenko besprechen. Ich empfehle, das Buch selbst zu lesen, da es eine sehr hohe Informationsdichte hat und nicht jeder Punkt sich in einer Zusammenfassung erläutern lässt. Fomenko beschäftigt sich mit vielen Fragen, denen auch Forschern nachgehen, die sich mit der Schlammflut, Tartaria und anderen Inhalten der verborgenen oder alternativen Geschichte beschäftigen. Dieses Buch ist das erste in einer Reihe von 22 Büchern. Es gibt eine gute Gesamtübersicht über Fomenkos Theorie und liefert viele Beispiele, um diese zu untermauern. Zuvor habe ich das Buch »Redating Ancient Greece« von Sylvain Tristan gelesen. Das liefert ein stabiles Fundament, um Fomenko zu verstehen. Fomenkos Bücher sind sehr kompakt geschrieben und verwenden mehr Fachsprache. Zudem wurde sein Buch ursprünglich in Russisch verfasst. Diese Zusammenfassung bezieht sich auf die englische Übersetzung. Sylvain Tristan hat hervorragende Arbeit dabei geleistet, Fomenkos Theorie zusammenzufassen, insbesondere in Bezug auf Griechenland. Daher ist es sinnvoll, Sylvain Tristans Buch zuerst zu lesen. Fomenko ist nicht der Erste, der die Theorie einer veränderten Chronologie vertritt. Ein berühmtes Beispiel ist Sir Isaac Newton, der in den letzten Jahren seines Lebens an einer Theorie dieser Art gearbeitet hat. Natürlich wurde Newtons Arbeit von den Mainstream-Chronologen und Historikern vollständig abgelehnt. Grundlegende Forschung leistete auch der russische Wissenschaftler und Enzyklopädist Nikolai Morozov, der sich bereits vor Fomenko ausgiebig mit diesem Thema auseinandersetzte. Eines der wichtigsten Konzepte in der revidierten Chronologie ist die Idee, dass es viele sogenannte Phantom-Ereignisse, Phantom-Personen und sogar ganze Phantom-Dynastien gibt. Damit sind Ereignisse gemeint, die tatsächlich stattgefunden haben und von den Skaliga-Chronologen in leicht abgeänderter Form dupliziert wurden. Fomenko geht davon aus, dass die meisten dieser Ereignisse in wesentlich jüngerer Zeit stattgefunden und ihre Phantom-Duplikate dann von den Skaliga-Chronologen zurückdatiert wurden. Josef Skaliga war ein Jesuit, der großen Einfluss auf unsere heutige Wahrnehmung der Geschichtsschreibung hat. Wenn wir uns also auf die Mainstream-Chronologie beziehen, ist der Begriff austauschbar mit dem Begriff Skaliga-Chronologie oder Skaligarische Chronologie. Eines der anderen Hauptkonzepte Fomenko ist die zweifelhafte Natur der Datierungstechniken, insbesondere der Dendro-Chronologie, also das Zählen von Baumringen, um sie zu datieren, sowie radiometrische Verfahren wie die Radiokarbon-Methode. Eher unbekannt ist, dass diese Datierungsmethoden unter der Voraussetzung angewandt werden, dass die Skaliga-Chronologie weitestgehend korrekt ist. Diese wird also als Grundlage verwendet, um die Daten aus den Datierungsmethoden einzubringen. Wenn zum Beispiel in einer Grabungsstelle Artefakte gefunden werden, die laut der Chronologie Skaligars einem bestimmten Zeitraum zugeordnet sind und in einer anderen Grabungsstelle ähnliche Artefakte entdeckt werden, dann werden beide Fundorte demselben Zeitraum zugeordnet. Wenn aber die zugrunde liegende Zeitrechnung nicht korrekt ist, dann würde diese Vorgehensweise unabdingbar zu falschen Ergebnissen führen. Das bedeutet, die Datierungsmethoden der modernen Archäologie und die Datierung historischer Texte stehen in engen Zusammenhang mit den konstruierten Quellen und damit, wo diese auf der Zeitachse platziert wurden. Die grundlegenden Werke von Skaliga und seinem Mitwirker Petavius aus dem 16. und 17. Jahrhundert präsentieren die antike Chronologie als eine Auflistung von Zeitangaben, die ohne jegliche Begründung angegeben werden. Es wird erklärt, dass eine Festlegung dieser Zeitangaben vornehmlich auf Grundlage von Überlieferungen geschah und überwiegend aus Schriften des Klerus abgeleitet wurde, insbesondere der Jesuiten und Humanisten. Natürlich betrachten sich die meisten modernen Historiker oder Wissenschaftler als von der Kirche unabhängig, wobei ihnen vielleicht gar nicht bewusst ist, dass die heutige angewandte Chronologie von der Kirche festgelegt wurde. Einer der ersten Punkte, die in diesem Buch behandelt werden, ist die Feststellung, dass viele der sogenannten antiken Charaktere, mit denen wir vertraut sind, uns als mittelalterlich dargestellt werden. Ihre Städte und Kleidung werden mittelalterlich dargestellt. Dies wird einfach damit erklärt, dass sie nun mal so in der Renaissance dargestellt wurden. Fomenko bezweifelt diese Erklärung und hält es für wahrscheinlicher, dass viele dieser Menschen tatsächlich im Mittelalter oder in der Renaissance lebten und genau so dargestellt wurden, wie sie aussahen und wie sie sich kleideten. Nach offiziellen Angaben wurden die Grundlagen der heutigen Zeitrechnung von Eusebius, von Cäsara und dem heiligen Hieronymus angeblich im vierten Jahrhundert nach Christus festgelegt, aber auf Bildern werden sie als mittelalterlich aussehend dargestellt. Sie tragen typisch mittelalterliche Kleidung der Renaissance-Epoche. Fomenko gibt zu bedenken, dass dies wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass sie tatsächlich in dieser Zeit lebten und nicht in der frühen Epoche. Das berühmte Werk des Eusebius mit dem Titel »Die Geschichte der Zeit von der Schöpfung bis zum Konzil von Nicea«, die sogenannte Chronik, sowie ein Traktat des heiligen Hieronymus wurden außerdem erst im späten Mittelalter entdeckt. Historiker sagen, dass das griechische Original von Eusebius heute nur noch in fragmentarischer Form vorliegt und durch eine Übersetzung des heiligen Hieronymus ergänzt wurde. Nikephoros Kalistu, bedeutender griechischer Kirchenhistoriker, versuchte im 14. Jahrhundert die neue Geschichte der ersten drei Jahrhunderte zu schreiben bzw. die Geschichte des Eusebius zu überarbeiten. Dazu wird wie folgt zitiert »Ich konnte nicht mehr tun, als das zu wiederholen, was von Eusebius bereits geschrieben wurde«. Zitat Ende. Da das Werk von Eusebius jedoch erst 1544 veröffentlicht wurde, also wesentlich später als das von Nikephoros, stellt sich die Frage, ob das Werk des Eusebius auf dem mittelalterlichen Traktat von Nikephoros basierte. Könnte es also genau andersherum sein, als die offizielle Geschichtsschreibung es darstellt? Fomenko vertritt auch die Idee, dass das Alte Testament nach dem Neuen Testament geschrieben worden sein könnte. Hier sehen wir ein Gemälde, das angeblich aus den Jahren 1585 bis 1590 stammt und den heiligen Hieronymus darstellt, der die Bibliothek von Eusebius besucht. Wir sehen eine typisch mittelalterliche Szene aus der Zeit der Renaissance oder sogar aus einer noch späteren Epoche. Die moderne Geschichte versichert uns, dass sich all dies mehr als tausend Jahre früher, im vierten Jahrhundert nach Christus, abspielte. Beachtenswert ist, dass nicht nur die Kleidung mittelalterlich aussieht, sondern auch die Regale der Bibliothek mit Büchern gefüllt sind, die im Grunde genauso aussehen wie die des 18. und 19. Jahrhunderts. Die Künstler des 16. und 17. Jahrhunderts haben höchstwahrscheinlich jüngere mittelalterliche Ereignisse und Figuren gemalt, die von späteren Chronisten des 17. und 18. Jahrhunderts in der für skaliger typischen Tradition in die Zeit des dunklen Mittelalters versetzt wurden. Es wird davon ausgegangen, dass die skaliger Chronologie auf der Interpretation verschiedener Zeitangaben der Bibel beruht. Bestimmte Basisangaben, die als Bezugspunkte verwendet werden, sind als Ergebnisse scholastischer Übungen mit Zahlen entstanden. Zum Beispiel folgendes. Nach Ansicht des bedeutenden Chronisten James Usher, auch genannt Jakobus Osirius, wurde die Welt am Sonntag, den 23. Oktober 4004 vor Christus, in den frühen Morgenstunden, erschaffen. Diese Angabe ist verblüffend präzise. Man bedenke, dass die wissenschaftliche Chronologie der Gegenwart weitestgehend auf der biblischen Chronologie des Mittelalters basiert. Aufgrund der Kontroversen um all diese mittelalterlichen Berechnungen variiert beispielsweise die Datierung der Schöpfung stark von Dokument zu Dokument. Dieser biblische Bezugspunkt, der als grundlegend für die altertümliche Chronologie angesehen wird, schwankt innerhalb einer Spanne von 2100 Jahren. Es gibt etwa 200 verschiedene Versionen des Datums der Schöpfung. Hier sehen wir ein altes Gemälde, welches 70 Bibelübersetzer zeigt, die gemeinhin als die 70 Interpreten bezeichnet werden. Auch hier ist beachtenswert, dass der Schauplatz und die Personen ganz klar als mittelalterlich dargestellt werden. Die Datierung der Schöpfung ist deshalb so wichtig, weil antike Dokumente sich nicht beispielsweise auf 500 vor Christus datieren ließen. Ereignisse wurden in Jahren seit Adam oder seit der Schöpfung datiert. Das ist der Grund, warum die bestehenden tausend oder mehr Jahre Differenz zwischen der Festlegung dieses Bezugspunktes erheblich die Datierung vieler antiker Dokumente beeinflusst. Scaliger und Petavius waren die ersten, die die spätmittelalterliche Version der Chronologie der vorangegangenen Jahrhunderte mit Hilfe der astronomischen Methode belegten, ohne die Chronologie jedoch kritisch zu hinterfragen. Zeitgenössische Kritiker sind der Ansicht, dass Scaliger die Chronologie unter der Annahme, dass sie aufgrund ihrer göttlichen Natur sich selbst als wahr belegt, ipso facto, in eine wissenschaftliche Chronologie umgewandelt hat. Dieser wissenschaftliche Anstrich genügte den Chronisten des 17. und 18. Jahrhunderts, um dem von ihnen übernommenen, weitestgehend verfestigten chronologischen Datierungsschema uneingeschränkt zu vertrauen. Es ist bezeichnend, dass die Scaliger Chronologie ursprünglich im Rahmen des Paradigmas der katholischen Kirche geschaffen wurde. Die mittelalterlichen Theologen versuchten oft, das Alter der Erde zu berechnen, indem sie verschiedene in der Heiligen Schrift enthaltene Daten interpretierten. Scaliger und viele der anderen frühen Chronisten waren selbst Theologen und Jesuiten und konnten sich ein Hinterfragen des chronologischen Materials der Heiligen Väter, also von Eusebius und anderer, gar nicht vorstellen. Dies wäre für sie gleichbedeutend mit Ketzerei gewesen. Scaliger bezeichnet das Werk des Eusebius als göttlich und daher unanfechtbar. Er vertraute der Autorität seiner Vorgänger bedingungslos. Dieser Trend hat sich bis in die heutige Zeit fortgesetzt. Die Fragwürdigkeit des Charakters von Josef Scaliger wird außerdem durch die Tatsache veranschaulicht, dass er ein Buch veröffentlichte, in dem er behauptet, die Quadratur des Kreises gelöst zu haben. Ein im Prinzip unlösbares mathematisches Problem, bei dem es darum geht, nur mit einem Lineal und einem Zirkel ein Quadrat zu konstruieren, dessen Flächeninhalt dem eines gegebenen Kreises entspricht. Die besten Mathematiker der Epoche versuchten vergeblich, ihm zu beweisen, dass seine Argumentation falsch war. Scaliger beharrte allerdings bis zum Schluss auf seinem falschen geometrischen Beweis. Es lässt sich also vorstellen, wie er auf den Versuch reagiert hätte, seine Version der Chronologie kritisch zu hinterfragen. Wenig bekannt ist, dass Scaliger und Petavius die Chronologie perfektioniert und absolut präzise datiert haben, indem sie das Jahr, den Tag, den Monat und manchmal sogar die Tageszeit für alle wichtigen Ereignisse in der Geschichte der Menschheit angaben. Aus welchen Gründen auch immer geben moderne Autoren und Lehrbücher allerdings nur die Jahre der Ereignisse nach der Scaliger Chronologie an und lassen Monat, Tag und Stunde weg. Die Präzision der Scaliger Chronologie war aber genau eines der Dinge, die zu ihrer frühen Bekanntheit und Akzeptanz beigetragen hat. Nicht zuletzt war es diese Präzision der Zuordnung von wichtigen historischen Ereignissen, die ihr unter den Lesern der Zeit, insbesondere unter den Theologen, eine solche Glaubwürdigkeit verlieh. Im 19. Jahrhundert war die Menge an chronologischem Material so groß geworden, dass die Chronisten nur noch kleinere Berichtigungen vornahmen. Zu dem Zeitpunkt, als die Chronologie Scaligers allgemein akzeptiert war, vermieden es die Historiker, sie in größerem Umfang zu überarbeiten und beschränkten sich auf minimale Korrekturen. Daran hat sich auch im 20. und 21. Jahrhundert nichts geändert. Im Laufe der Entwicklung der Chronologie stießen die Historiker jedoch auf erhebliche Ungereimtheiten, wenn sie versuchten, die unterschiedlichen chronologischen Angaben der antiken Quellen in Übereinstimmung mit der Version Scaligers zu setzen. So wurde beispielsweise entdeckt, dass Hieronymus sein eigenes Zeitalter um 100 Jahre falsch startierte. Das sogenannte Sassanidenreich, das zweite persische Großreich, trennt Alexander den Großen von den Sassaniden durch einen Abstand von 226 Jahren. Dieser Abstand wurde von zeitgenössischen Historikern auf 557 Jahre erweitert. In diesem Fall beträgt die Differenz mehr als 300 Jahre. Auch die Juden geben der persischen Periode ihrer Geschichte nur 52 Jahre und das trotz der Tatsache, dass Cyrus II. von Persien nach der Skaliger Chronologie 206 Jahre von Alexander dem Großen getrennt ist. Die zugrunde liegende ägyptische Chronologie hat uns ebenfalls durch den Einfluss der christlichen Chronisten erreicht. Die vom ägyptischen Priester Maneto verfasste Liste der Könige hat nur durch sprachliche Überlieferungen der christlichen Gelehrten überlebt. Eher unbekannt dürfte sein, dass die orientalische Kirche es vermied, die Geburt Christi als chronologischen Bezugspunkt zu verwenden, denn die Debatten in Konstantinopel über den Zeitpunkt seiner Geburt dauerten bis weit ins 19. Jahrhundert an. Bereits im 16. Jahrhundert wurde der Wahrheitsgehalt der Skaliger Petavius Chronologie infrage gestellt. De Arcilla, Professor an der Universität Salamanca, soll in seinen veröffentlichten Werken nachgewiesen haben, dass die gesamte Geschichte des sogenannten klassischen Zeitalters mittelalterlichen Ursprungs war. Dies ist genau derselbe Standpunkt, von dem auch der französische Jesuit, Theologe und Antiquar Jean Harduin, ausging. Dieser war der Ansicht, dass die klassische Literatur in den Klöstern des vorangegangenen 16. Jahrhunderts geschrieben wurde. Der deutsche Privatdozent und Journalist Robert Baldauf zeigte 1902 und 1903 in seinen vier Bänden mit dem Titel Historie und Kritik mit rein philologischen, also sprach- und literaturwissenschaftlichen Argumenten auf, dass nicht nur die antike Geschichte, sondern auch die des frühen Mittelalters eine Fälschung der Renaissance-Epoche und der nachfolgenden Jahrhunderte ist. Der renommierte englische Wissenschaftler Edwin Johnson, Autor mehrerer bemerkenswerter kritischer Studien zur antiken und mittelalterlichen Geschichte, übte scharfe Kritik an der Chronologie Skaligas. Die wichtigste Schlussfolgerung, zu der Edwin Johnson nach vielen Jahren Forschung zur Chronologie gelangte, formulierte er mit dem Zitat, »Wir sind den Griechen und Römern zeitlich viel näher, als es die Zeittafeln aussagen«, Zitat Ende. Edwin Johnson forderte eine Korrektur des gesamten historischen Aufbaus der antiken und mittelalterlichen Chronologie. Seine Hauptwerke wurden im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert veröffentlicht. Natürlich zu erwähnen sind auch zwei Werke von Sir Isaac Newton aus dem frühen 18. Jahrhundert, welche erst nach seinem Tod veröffentlicht wurden. Die Publikation »The Chronology of Ancient Kingdoms Amended« enthält eine vorangestellte Arbeit Newtons mit dem Titel »A Short Chronicle – From the First Memory of Kings in Europe to the Conquest of Persia« by Alexander the Great. Newton nahm eine umfassende Überarbeitung der antiken Zeitgeschichte vor, die auf naturwissenschaftlichen Ideen beruhte. Einige Ereignisse wurden als zusätzliche Zeitalter hinzugefügt, so die legendäre Reise der Argonauten, die sich laut Newton im 14. Jahrhundert vor Christus ereignete, anstatt wie zu seiner Zeit angenommen wurde im 10. Jahrhundert vor Christus. Allerdings ist die Notierung dieses Ereignisses auch in späteren zeitgeschichtlichen Studien anderer Chronisten eher vage. Die von Sir Isaac Newton konzipierte neue Chronologie ist um einiges kürzer als die von Josef Skaliker. Newton rückt die meisten Ereignisse, die als vor der Epoche Alexanders des Großen datiert wurden, zeitlich nach vorne und somit näher an uns heran. Newtons Überarbeitung ist nicht so drastisch wie die der Schriften Nikolai Morozovs, welcher der Meinung war, dass Skalikas Version der antiken Chronologie erst ab dem 4. Jahrhundert nach Christus beginnt. Zeitgenössische Historiker sagen, dass Isaac Newton zu diesem Zeitpunkt seinen Verstand verloren hat und lassen die gesamte Arbeit völlig außer Acht. Es gibt auch einige neuere Veröffentlichungen deutscher Wissenschaftler, die Kritik an der von Skaliker erarbeiteten Chronologie enthalten. Anatoly Fomenko begann im Jahr 1980 mit der Veröffentlichung seiner Forschungsarbeiten zum Thema neue Chronologie. Seitdem haben auch mehrere deutsche Forscher die recht interessanten Ergebnisse ihrer Studien veröffentlicht, die ebenfalls eine kritische Analyse der Chronologie Skalikas enthalten. Für Fomenko sind vor allem die Publikationen von Uwe Topper und Heribert Illig bedeutsam. In Illigs Werk »Hat Karl der Große je gelebt« von 1994, da wird behauptet, dass viele Dokumente, die wir heute der Epoche Karls des Großen zuschreiben, in Wirklichkeit jüngere Fälschungen sind. Weiter stellen ja beide die Hypothese auf, dass etwa drei Jahrhunderte aus der mittelalterlichen Geschichte, einschließlich der des Zeitalters Karl des Großen, herausgenommen werden müssen. Der Wahrheitsgehalt der Skaliker Chronologie zum alten Ägypten wird in dem 1990 publizierten Werk »Wann lebten die Pharaonen?« von Gunnar Heinsohn und Heribert Illig infrage gestellt. Da beide keinen Austausch mit Nikolai Morozov hatten, können wir davon ausgehen, dass sie unabhängig voneinander zu diesen Schlussfolgerungen kamen. Nikolai Morozovs episches Werk mit dem Titel »Christ« wurde von 1924 bis 1932 veröffentlicht und stellt die gesamte Chronologie des alten Ägyptens in Frage. Er wies auf die zahlreichen Ähnlichkeiten zwischen den ägyptischen Dynastien hin und begründete die Notwendigkeit einer umfassenden Überarbeitung der altegyptischen Geschichte. Fomenko verweist auch auf Gunnar Heinsohns Werk mit dem Titel »Assyrer Könige gleich Perser Herrscher«, die Assyrien-Funde bestätigen das Archämenidenreich, in welchem die Parallelen in der antiken Geschichte Assyriens und der des Perserreiches aufgezeigt werden. Heinsohn geht jedoch nicht auf die Möglichkeit ein, die Historie jener Zeit in die mittelalterliche Epoche zu übertragen. Er belässt sie in der vorsintflutlichen Geschichtsperiode, was Fomenko für einen Fehler hält. Interessant ist auch ein Buch mit dem Titel »C14 Crash«, das Ende der Illusion mit Radiokarbonmethode und Dendrochronologie datieren zu können, von Christian Blöss und Hans-Ulrich Niemitz, das eine umfangreiche Sammlung von Beweisen enthält, mit denen die Autoren die Durchführbarkeit der Radiokohlenstoffdatierung in ihrer derzeitigen Form infrage stellen, ebenso wie die dendrochronologische Methode, welche für die Datierung historischer Artefakte genutzt wird. Einer der wichtigsten Vertreter einer später als Hyperkritik bezeichneten wissenschaftlichen Strömung, insbesondere in Bezug auf die römische Chronologie der Geschichte, war der bekannte deutsche Historiker und Nobelpreisträger Theodor Mommsen. Er kommentiert die Unstimmigkeiten der verschiedenen Darstellungen in Passagen mit dem Hinweis, Zitat, Das, obwohl Tarquin II., gestorben 495 v. Chr., beim Tod seines Vaters bereits erwachsen war und seine Regierungszeit 39 Jahre später begann, als er schon als junger Knabe gekrönt wurde. Pythagoras, geboren 570 v. Chr., kam in Italien fast eine ganze Generation vor dem Exil der Könige an. Das Exil soll um 509 v. Chr. stattgefunden haben. Dennoch heißt es, er wäre ein Freund von Numa Pompilius gewesen. Historiker sind der Meinung, dass Numa um 673 v. Chr. verstarb. Die Diskrepanz reicht hier zumindest bis zu einem Jahrhundert. Zitat Ende. Und nochmal zitierend Theodor Mommsen, Die staatlichen Botschafter, die im Jahr 262 in die Stadt Syrakus reisten, hatten seit der Gründung Roms Kontakt mit Dionysius dem Älteren, dessen Herrschaft erst 86 Jahre später begann. Zitat Ende. Was wir sehen, ist eine Abweichung von etwa acht Jahrzehnten. Die Chronologie Skaligers bezüglich Rom ist auf einem äußerst dürftigen Fundament aufgebaut. Tatsächlich beträgt der zeitliche Abstand zwischen den verschiedenen Datierungen der Gründung Roms, welches ein Datum von größter Bedeutung ist, bis 500 Jahre. Hier sehen wir eine Miniatur mit dem Titel Trojas Gründungsstädte, welche wiederum eindeutig mittelalterlich ist. Zu diesen Städten gehören Venedig, Carthago und Rom. Dies bedeutet, dass der Trojanische Krieg und die Gründung des italienischen Roms praktisch gleichzeitig stattfanden, obwohl die Skaliger-Chronologie diese Ereignisse um 500 Jahre trennt. So folgte die Gründung Roms unmittelbar auf den Trojanischen Krieg, während nach der Zeitrechnung Skaligers zwischen dem Trojanischen Krieg, der angeblich im 13. Jahrhundert vor Christus stattfand, und der Gründung Roms, die im 8. Jahrhundert vor Christus erfolgt sein soll, 500 Jahre liegen. Dies bedeutet eines der folgenden Möglichkeiten. Die Gründung Roms fand 500 Jahre später statt, als allgemein angenommen, oder der Trojanische Krieg fand 500 Jahre später statt. Oder die Chronisten lügen absichtlich in Bezug auf die Gründung Roms durch Eeneas und Odysseus. Und was passiert in diesem Szenario mit Romulus, da Rom angeblich nach Romulus benannt wurde? Könnte Romulus ein anderer Name für Odysseus gewesen sein? Es stellen sich viele Fragen, und die werden noch zahlreicher, je tiefer wir in die Geschichte eintauchen. Nach einer anderen Version wurde die Stadt Rom nach Romos, dem Sohn von Odysseus, benannt. Könnte das bedeuten, dass Ramos oder Remus, der Bruder von Romulus, der Sohn von Odysseus war? Dies wäre im Rahmen der Chronologie nach Skaliger unmöglich. Der Althistoriker Benedikt Niese hat dazu Folgendes zu sagen. Rom, wie auch viele andere italienische Städte, sollen von den Helden Griechenlands und Trojas gegründet worden sein, welche in diesen Regionen gestrandet waren. Zitat Ende. Es gibt eine Vielzahl von Legenden, die dies belegen. Die älteste Legende, die bereits im 4. Jahrhundert vor Christus entstand und später von Aristoteles übernommen wurde, besagt, dass die Stadt von Aeneas und Odysseus gegründet wurde und ihren Namen von der trojanischen Frau Roma erhielt. Eine andere Version legt nahe, dass Romos, Sohn des Odysseus, ihr Gründer war. Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass zwischen diesem Zeitpunkt und dem der allgemeinen Geschichtsschreibung etwa 500 Jahre liegen. Solche enormen Schwankungen bei der Bestimmung eines so wichtigen Datums wie der Gründung Roms wirken sich auf die Datierungen zahlreicher Dokumente aus, die dieses Datum als zeitlichen Bezugspunkt verwenden oder sich darauf beziehen. Eines von ihnen ist das umfangreiche Geschichtswerk von Titus Livius. Tatsächlich ist die Identifizierung der Stadt mit dem italienischen Rom eines der Grundannahmen der Skalliger Chronologie. Es ist nicht auszuschließen, dass es sich bei der Stadt um das berühmte Rom am Bosporus, Konstantinopel, dem heutigen Istanbul, auch bekannt als Sargrab, Stadt der Könige, handelt. War also in diesen alten Schriften überhaupt die Rede vom italienischen Rom? Im Allgemeinen sind Historiker der Meinung, dass die überlieferte römische Geschichte nur durch die Werke einiger weniger Autoren entstanden ist. Das bedeutendste historische Werk ist zweifelsohne das von Titus Livius. Es wird davon ausgegangen, dass Titus Livius um 59 vor Christus geboren wurde und einen 700-jährigen Zeitraum der römischen Geschichte beschreibt. Von den ursprünglich 144 Büchern sind 35 erhalten geblieben. Die ersten Veröffentlichungen seiner Schriften erfolgen 1469 n. Chr. und basieren auf einem Manuskript unbekannter Herkunft, das heute verloren ist. Theodor Mommsen schreibt dazu, In Bezug auf die Weltchronik war alles noch viel schlimmer. Die Entwicklung der Geschichtswissenschaft gab Hoffnung, dass die althergebrachte, überlieferte Geschichte durch Dokumente und andere verlässliche Quellen nachgewiesen werden konnte. Aber die Hoffnung wurde in völliger Verzweiflung begraben. Je mehr Forschung betrieben wurde und je tiefer sie ging, desto offensichtlicher wurden die Schwierigkeiten, eine authentische Geschichte Roms zu schreiben. Darüber hinaus sagt uns Mommsen auch, dass die numerischen Ungenauigkeiten in den Werken Valerius Anteas, römischer Geschichtsschreiber des 1. Jahrhunderts v. Chr., bis in die zeitgenössische historische Periode systematisch waren. Der altgriechische Gelehrte Alexander Polyhistor liefert ein anschauliches Beispiel dafür, wie man die fehlenden 500 Jahre, die seit dem Fall Trojas bis zur Gründung Roms vergangen waren, in eine korrekte zeitliche Reihenfolge bringt. Er füllte diesen Zeitraum mit einer Liste von Phantomherrschern, wie sie von den Chronisten Ägyptens und Griechenlands in großem Umfang verwendet wurden. Er war damit offenbar derjenige, der die lateinischen Könige Aventinus und Tiberinus sowie die albanische Sippe der Silvians in die Geschichte einfügte und damit zum Leben erweckte. Die Nachkommen ließen sich die Gelegenheit nicht nehmen, Vornamen und Regierungszeiten zu erfinden und fertigten sogar Porträts an, um sie glaubwürdig darzustellen. Es handelt sich um Personen, die nicht existierten. Sie wurden erfunden, um die zeitlichen Lücken zu füllen. Dennoch gibt es mittelalterliche Porträts von ihnen, die größtenteils mit Genehmigung oder auf Anordnung der jesuitischen Chronisten der Spät-Renaissance gemalt wurden. Theodor Momsen war bei weitem nicht der einzige Wissenschaftler, der eine Überarbeitung der wichtigsten Daten aus der Antike vorschlug. So berichtet beispielsweise der deutsch-tschechische Historiker Prof. Dr. Milos Resnik über Schwierigkeiten bei dem Versuch, die römischen Quellen mit der Chronologie von Skaliger in Einklang zu bringen und zitiert dazu »Das Hauptproblem ist, dass die römischen Originalhandschriften nicht bis in unsere Zeit überlebt haben. Alle unsere Annahmen beruhen auf dem, was die römischen Gelehrten uns vorsetzen. Aber auch hier stoßen wir auf große Schwierigkeiten, da selbst dieses Material sehr schlecht erhalten ist.« Zitat Ende Die römischen Annalen, was mit Jahrbüchern übersetzt werden kann, sind nicht mehr erhalten. Man könnte vermuten, dass die jährliche römische Liste der Gerichtstage, Fasti genannt, eine chronologische Tabelle aller Beamten des antiken Roms umfasst. Diese Tabellen könnten theoretisch ein vertrauenswürdiges zeitgeschichtliches Fundament bilden. Der russische Jesuitenpriester Ivan Martinov gibt im späten 19. Jahrhundert allerdings mit folgenden Fragen zu denken. Zitat »Wie lässt sich das alles mit den stetigen Widersprüchen vereinbaren, die wir in fast jedem Text des Titus Livius bei den Angaben der römischen Beamten nahmen, unter anderem ihrer häufigen Auslassung oder einer völligen Nachlässigkeit bei der korrekten Wiedergabe der Namen vorfinden. Wie ist das mit den Namen der Militärtribune in Einklang zu bringen? Die Fasti ist buchstäblich mit Fehlern und Verzerrungen übersät, sodass man sich keinen rechten Überblick davon verschaffen kann. Livius war sich bereits bewusst, wie unzureichend und schwach die Grundlage seiner Chronologie gewesen war. Zitat Ende Martinov fasst es mit folgendem Zitat zusammen »Weder Diodor von Sizilien noch Livius besitzen eine korrekte Zeitrechnung. Wir können der Fastie nicht trauen, die nichts darüber aussagt, wer in welchem Jahr die Tafeln anfertigte. Gleiches bei den Schriftstücken, die Quintus Ligarius, Marcus Tullius Cicero und Quintus Aelius Tubero zu widersprüchlichen Schlussfolgerungen führten. Am vertrauenswürdigsten sind die Dokumente, die sich nach eingehender Auswertung als viel jüngere Fälschungen erweisen. Zitat Ende Es ist daher etwas beunruhigend, wenn der neuzeitliche Chronist E. Bickermann uns folgende Aussage zusichert. Zitat »Da wir vollständige Listen der römischen Zeitgenossen für 1050 Jahre besitzen, kann die julianische Datierung für jeden Einzelnen von ihnen leicht abgeleitet werden, in Anbetracht der Tatsache, dass die antiken Datierungen ungenau sind.« Zitat Ende Die Behauptung impliziert, dass wir über eine eindeutige, vertrauenswürdige julianische Datierung der Gründung Roms verfügen. Abgesehen von der Tatsache, dass die Schwankung von 500 Jahren zu diesem Datum die gesamte Auflistung der römischen Beamten sowie die auf dieser Liste basierende Geschichte des antiken Roms betrifft, enthält auch die Ausarbeitung von E. Bickermann leider keine ausreichende Argumentation für die grundlegenden Daten der antiken Chronologie. Anstatt sich auf die Grundlagen der Datierung zu beziehen, bietet das Buch lediglich eine Reihe von Einzelbeispielen, die sich direkt oder indirekt auf das bekannte Modell der Chronologie Skalikers beziehen. Steigen wir nun etwas tiefer in die Herausforderungen ein, die die Erstellung einer vollständigen Chronologie des alten Ägyptens bereithält. Die erheblichen Abweichungen in den chronologischen Daten der antiken Quellen und der Gesamtchronologie der Antike, wie sie im 17. Jahrhundert entwickelt wurde, traten auch in anderen Bereichen auf. So ist die Erfassung der ägyptischen Chronik mit erheblichen Mühen verbunden, da eine Vielzahl von Dokumenten zeitliche Widersprüche enthalten. Untersuchen wir die Übereinstimmung zwischen dem Geschichtswerk von Herodot und der Chronologie Skalikers. In seinen zusammenhängenden und schlüssigen Darstellungen der ägyptischen Geschichte bezeichnet Herodot beispielsweise Cheops als Nachfolger des Ramses II. Die heutigen Kritiker würden sogleich in folgender Manier korrigieren. Herodot stiftet Verwirrung in der Chronologie Ägyptens. Ramses II. war der König der 19. Dynastie, während Cheops der 4. Dynastie angehörte. Die Diskrepanz beträgt hier 1200 Jahre. Man denke nur daran, was diese Ziffer aussagt und an die enorme Bedeutung von 1200 Jahren. Machen wir weiter. Nach den Aufzeichnungen Herodots wurde der Pharao Asykes von Anysis abgelöst. Die Kritiker wären auch voreilig, wenn sie sagen, dass Herodot vom Ende der 4. Dynastie zum Beginn der äthiopischen Herrschaft in Ägypten springt. Es handelt sich um einen Zeitsprung von 1800 Jahren. Die von Herodot angegebene Chronologie der Pharaonen ist somit nicht übereinstimmend mit der überlieferten Herrscherliste des ägyptischen Priesters Maneto. Insgesamt ist die Chronologie von Herodot deutlich kürzer als die von Skaliger. Nach Herodot sind die Zeitabstände zwischen den Pharaonen oft tausende von Jahren kürzer als die entsprechenden Zeitabschnitte, die von Maneto angegeben werden. Herodots Chronik enthält eine große Anzahl kleinerer Ungenauigkeiten. Diese umfassen 30 bis 40 Jahre. Sie entstehen jedoch erst durch den Versuch, seine Chronologie in die von Skaliger einfließen zu lassen. Nennen wir einige der zahlreichen Beispiele für solche Vorkommnisse. Die heutigen Kritiker sagen uns, dass Herodot den Pharao Sesostris mit König Psammetrix I. verwechselte. Pitakus konnte auch nicht im Jahr 560 v. Chr. mit Croisos zusammentreffen, da er bereits 570 v. Chr. starb. Im Übrigen gibt Herodot das Datum nicht in dieser Form an. So gesehen hat natürlich niemand jemals das Jahr, in dem er gelebt hat, mit vor Christus angegeben. Ein weiteres von Herodot überliefertes Ereignis wird als Irrtum angeführt, denn der athenische Staatsmann und Lyriker Solon kann nicht Croisos getroffen haben, den letzten König des in Kleinasien gelegenen Lydiens, heute Türkei. Aber wie kann das wahr sein? Herodot widmet eine ganze Seite seines Werkes der Begegnung zwischen Croisos und Solon. Nach der Chronologie Skaligers hat diese Begegnung nie stattgefunden. Die Kritiker werfen Herodotot weitere Fehler vor, unter anderem soll er Sonnenfinsternisse falsch startiert haben und so weiter und so fort. Wir sollten uns im Klaren sein, dass die Festlegung auf eine chronologische Darstellung aus mehreren, sich widersprechenden Ausführungen alles andere als einfach ist. Es gab Ungereimtheiten zwischen der sogenannten kurzen und der langen Chronologie Ägyptens, die im 19. Jahrhundert entwickelt wurden. Die kurze Chronologie ist die gegenwärtig Verwendete, die allerdings immer noch viele tiefgreifende Diskrepanzen enthält, die ungelöst bleiben. Der deutsche Ägyptologe Heinrich Karl Brucksch schrieb, Zitat, Wenn der interessierte Leser sich danach erkundigt, ob irgendwelche Epochen und geschichtlichen Abschnitte, welche die Pharaonen betreffen, einer endgültigen chronologischen Bewertung unterziehen, und wenn seine Neugier ihn dazu bringt, sich den Tabellen zuzuwenden, die von einer Vielzahl von Wissenschaftlern zusammengestellt wurden, wird er überrascht sein, wenn er sich mit einer großen Anzahl von Standpunkten zu den chronologischen Berechnungen der Pharaonenzeit konfrontiert sieht, die von heutigen Wissenschaftlern vertreten werden. Zitat Ende. Der deutsche Wissenschaftler datiert beispielsweise die Thronbesteigung des ersten ägyptischen Pharaos Menes, auch Narmär genannt, mit einem Zeitpunkt zwischen 5702 v. Chr. und 3623 v. Chr. Die Differenz zwischen diesen Datierungen beträgt 2079 Jahre. Die von qualifizierten Wissenschaftlern durchgeführten grundlegenden Forschungen zur chronologischen Abfolge der Dynastien und ihrer Anordnung haben auch gezeigt, dass es notwendig ist, gleichzeitige und parallele Regierungszeiten zu berücksichtigen. Dies würde die Gesamtzeit der Herrschaft der 30 Dynastien nach Maneto stark verkürzen. Trotz aller wissenschaftlichen Entdeckungen, die auf dem Gebiet der Ägyptologie gemacht wurden, ist die numerische Datenlage bis heute äußerst mangelhaft. Die Situation hat sich nicht verbessert. Aktuelle Aufstellungen datieren den Beginn der Regierungszeiten vieler Herrscher unterschiedlich. Auf etwa 3100 v. Chr. oder rund 3000 v. Chr. usw. Die Spannweite für diese Daten beträgt 2700 Jahre. Wenn wir andere Meinungen berücksichtigen, wie die der französischen Ägyptologen z.B., wird die Situation noch komplexer. Wir haben Datierungen, die von 5867 v. Chr. bis 2224 v. Chr. reichen. Die Abweichung zwischen diesen Zeitangaben beläuft sich auf 3643 Jahre. Die Ägyptologie ist bis heute noch keine sehr alte Wissenschaft und war in erster Linie die Disziplin einiger weniger Forscher, deren Erkenntnisse voreilig verbreitet wurden. So sind viele irrtümliche Darstellungen entstanden, die unweigerlich zur Ernüchterung geführt haben. Die Ägyptologie geriet in Vergessenheit und das übermäßige Vertrauen in die Forschungsergebnisse ging verloren. Bis heute bleibt eine genaue Aufstellung der ägyptischen Chronologie unmöglich. Bei der von sumerischen Priestern erstellten Liste der Könige ist die Situation noch vielschichtiger. Der britische Archäologe Sir Charles Leonard Woolley sagt, Zitat Es war eine Art historisches Grundgerüst, das unseren Zeittafeln ähnelte, aber leider war diese Liste von geringem Nutzen. Im Großen und Ganzen ergibt die Chronologie der Königsliste keinen Sinn. Außerdem seien die dynastischen Reihenfolgen willkürlich festgelegt worden. Zitat Ende. Wir sehen, dass das hohe Alter, das diesen Listen heute zugeschrieben wird, im Widerspruch zu heutigen archäologischen Erkenntnissen steht. Lassen Sie uns nur ein Beispiel nennen, welches aussagekräftig genug erscheint. Er erzählt uns von den Ausgrabungen dessen, was wir für die ältesten königlichen sumerischen Zepter halten, die ungefähr auf das dritte Jahrtausend vor Christus datiert werden. Woolley erwähnt eine Reihe von Funden goldener Toilettenartikel, die arabischen Ursprungs sind und nach Aussage einer der führenden Experten auf diesem Gebiet dem frühen 13. nachchristlichen Jahrhundert zuzuordnen sind. Woolley bezeichnet den Fehler des Experten gönnerhaft als verzeihlich, da niemand geglaubt habe, dass es im dritten Jahrtausend vor Christus eine so fortschrittliche Kunst gegeben haben könnte. Leider ist die Entwicklung des gesamten kritischen Gedankens und die Ausbreitung der hyperkritischen Strömung des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts zum Stillstand gekommen. Es fehlte damals an statistischen Methoden, die eine unabhängige und objektive Überprüfung der bisherigen chronologischen Zuordnungen ermöglicht hätten. Was Woolley damit sagen will, ist, dass den Ägyptologen in der Vergangenheit und in der Gegenwart die Methoden fehlten, um alles Wesentliche unabhängig zu datieren. Das bedeutet, dass alle unsere Datierungen sich auf Angaben stützen müssen, die wir bereits haben. Und ein großer Teil dieser sogenannten Daten ist einzig die Chronologie Skaligas. Kommen wir nun zu den Schwierigkeiten bei der Datierung der antiken Quellen selbst. Da der Rahmen der umfassenden Chronologie Skaligas durch die Interpretation der Zeitangaben in den antiken Quellen konstruiert wurde, ist es nur natürlich, dass die Frage nach ihrer Herkunft für dieses Problem von Interesse sein muss. In der heutigen Geschichtsforschung gibt es nur sehr wenige Hinweise auf die Entstehung dieser antiken Handschriften. Grundsätzlich ist anzumerken, dass die überwiegende Mehrheit dieser Dokumente in der Renaissance-Epoche aufgetaucht ist, diese Epoche, die angeblich das finstere Mittelalter beendete. Die Entdeckung von Manuskripten geschah oft unter Umständen, unter denen eine Analyse, die eine kritische Datierung dieser Funde ermöglichen würde, nicht möglich war. Vieles von dem, was wir für Antik halten, beruht also auf Handschriften, die während der 19. Jahrhundert veröffentlichten der Franzose Polidor Hoshar und der Engländer J.W. Ross die Ergebnisse ihrer Forschungen und behaupteten, dass das berühmte Werk Roman History von Tacitus in Wirklichkeit von dem bekannten italienischen Humanisten Poggio Bracciolini geschrieben wurde. Fomenko stellt fest, dass er die Geschichte von Tacitus für ein bearbeitetes Original hält, das in Teilen eine Fälschung ist. Wie auch immer, die darin beschriebenen Ereignisse wurden falsch datiert und weit in die Vergangenheit versetzt. Die Entdeckungsgeschichte der Bücher von Tacitus wirft wirklich viele Fragen auf. Es war Bracciolini, der viele Werke antiker Schriftsteller entdeckte und veröffentlichte und die Umstände dieser Entdeckungen und ihre Datierungen wurden nie im Detail erzählt. Eine Handvoll berühmter Humanisten war es also im 15. Jahrhundert, die als erste Europa mit den Errungenschaften des antiken griechischen Denkens vertraut machten. Byzanz gab dem Westen fast alle bekannten altgriechischen Manuskripte und so besteht der größte Teil der Manuskripte, auf denen unser Wissen über die griechischen Wissenschaften basiert, aus byzantinischen Kopien, die 500 bis 1500 Jahre nach dem Tod ihrer Autoren angefertigt wurden. Der skaligarischen Geschichte zufolge tauchte der gesamte Großteil der antiken klassischen Literatur erst während der Renaissance auf. In den meisten Fällen zeigt uns eine detaillierte Analyse, dass die Unklarheit über die Ursprünge der Literatur und der Mangel an Dokumentation über ihren Weg durch die sogenannten dunklen Zeiten zu der Vermutung führen, dass keiner dieser Texte wirklich vor dem Anbruch der Renaissance existiert hat. So sollen die ältesten Kopien der sogenannten unvollständigen Sammlung von Cicero-Texten im 9. oder 10. Jahrhundert nach Christus angefertigt worden sein. Allerdings stellt man schnell fest, dass das Original der sogenannten unvollständigen Sammlung damals schon lange verschollen war. Im 14. bis 15. Jahrhundert wuchs das Interesse an Cicero. So entschloss sich der Mailänder Professor Barzica schließlich um das Jahr 1420 zu einem eher prekären Versuch, die Lücken in der unvollständigen Sammlung aus Gründen der Konsequenz mit eigenen Schriften zu füllen. Doch bevor er dieses Werk vollenden konnte, geschah ein Wunder. Ein verlassenes Manuskript mit dem vollständigen Text aller rhetorischen Werke von Cicero wird in einer italienischen Pfarrstadt namens Lodi Barzica ausgegraben und seine Schüler nehmen die neue Entdeckung eifrig an, entschlüsseln mühsam seine alte Schrift und erstellen schließlich eine lesbare Kopie. Nachfolgende Exemplare bilden die eigentliche Gesamtsammlung. Inzwischen passiert das Unwiederbringliche, das Original der Sammlung, das Manuskript von Lodi, wird aufgegeben, da sich niemand mit den textlichen Schwierigkeiten auseinandersetzen will und schließlich nach Lodi zurückgeschickt, wo es spurlos verschwindet. Was seit 1428 mit der Handschrift geschehen ist, ist nicht bekannt, die europäischen Philologen beklagen den Verlust noch heute. Hier sehen wir zwei Miniaturen, die angeblich aus dem 15. Jahrhundert stammen. Beide enthalten Cicero, dargestellt als mittelalterlicher Schriftsteller. Hier ist er links von diesem und hier rechts von diesem. In beiden Fällen sehen wir eine mittelalterliche Umgebung. Cicero und die anderen Figuren sind in mittelalterlicher Kleidung, was bedeuten könnte, dass wer auch immer dies gemalt hat, glaubte, dass Cicero im Mittelalter lebte, kurz bevor dieses gemalt wurde. Oder es bedeutet, dass diese vielen Renaissance-Maler keine Ahnung hatten, wie Menschen vor dem Mittelalter aussahen. Oder sie haben sich absolut keine Mühe gegeben, sie anders darzustellen. Die Datierung der meisten antiken Quellen erfolgte im 16. und 17. Jahrhundert und die verwendeten Methoden und Kriterien sind größtenteils unbekannt. Hier sehen wir eine antike Panorama-Ansicht von Rom aus der Geometrie von Euclid. Was wir sehen, ist ein mittelalterliches Rom. Hier sehen wir eine Miniatur, die den antiken Archimedes als mittelalterlichen Wissenschaftler darstellt. Archimedes folgt dem uns bereits bekannten Muster. Alle modernen Ausgaben von Archimedes Werken basieren auf der in Anführungszeichen verschollenen Handschrift des 15. Jahrhunderts. Es wird angenommen, dass die ersten Manuskripte von Archimedes ziemlich spät im Jahr 1204 n. Christus Europa erreichten und die erste Übersetzung soll 1269 angefertigt worden sein. Die ersten gedruckten Ausgaben erscheinen anscheinend 1503 und die ersten griechischen Ausgaben erst 1544, was seltsam ist. So gelangten die Werke des Archimedes erst im 16. Jahrhundert in die wissenschaftliche Verbreitung. Das Buch Kegelschnitte des antiken Apollonius von Perge wurde nicht vor 1537 veröffentlicht, aber Kepler soll der erste gewesen sein, der die Bedeutung von Kegelschnitten oder Ellipsen in der Astronomie entdeckte und er hat die Veröffentlichung der vollständigen Werke von Apollonius nicht mehr erlebt. Das Gesamtwerk des antiken Apollonius kommt also erst zur Veröffentlichung, nachdem Kepler bereits die Theorie aufgestellt hatte und nebenbei bemerkt könnten die Werke des antiken Apollonius nur eine bearbeitete Version des Polen Kopernikus sein. Der Name Apollonius ist fast identisch mit Polonius ein Pole. Der aus Polen stammende Astronom Kopernikus war der unmittelbare Vorläufer des Astronomen Kepler. Gehen wir weiter zum Thema Zeitmessung im Mittelalter. Historiker diskutieren das Chaos, das in den mittelalterlichen Datierungen herrscht. Die Analyse alter Dokumente zeigt uns, dass sich alte Zeitkonzepte wesentlich von modernen unterscheiden. Vor dem 13. bis 14. Jahrhundert waren die Geräte zur Zeitmessung eine Seltenheit und ein Luxus, selbst die Wissenschaftler besaßen sie nicht immer. Die im mittelalterlichen Europa üblichen Uhren waren Sonnenuhren, Sanduhren und Wasseruhren. Sonnenuhren waren jedoch nur bei gutem Wetter nützlich und die Wasseruhren blieben Mangelware. Ende des 9. Jahrhunderts nach Christus waren Kerzen für die Zeitmessung weit verbreitet. Der englische König Alfred nahm sie mit auf seine Reisen und befahl sie nacheinander brennen zu lassen. Die gleiche Art der Zeitmessung wurde im 13. und 14. Jahrhundert in der Regierungszeit Karl V. verwendet. Die Mönche zum Beispiel maßen die Zeit anhand der Anzahl heiliger Seiten oder Psalmen, die sie zwischen zwei Beobachtungen des Himmels lesen konnten. Für die Mehrheit war das Hauptmedium für die Zeitmessung das Läuten der Kirchenglocken. Man muss bedenken, dass die astronomischen Beobachtungen einen Chronometer erfordern, der einen Sekundenzeiger besitzt. Dabei erfahren wir, dass ihnen auch nach der Entdeckung und Verbreitung mechanischer Chronometer in Europa lange Zeit der Minutenzeiger fehlte. Außerdem nehmen gerade die Perioden, die zur Zeitmessung auf der Erde verwendet werden, eine völlig andere Dauer an, wenn sie zur Messung der biblischen Ereignisse verwendet werden. Augustinus setzt jeden Tag der Schöpfung mit tausend Jahren auf der Erde gleich, in dem Versuch, die Dauer der Menschheitsgeschichte zu definieren. Es wird noch komplizierter. Im Mittelalter neigten die Historiker dazu, alles so zu beschreiben, als ob es zu ihrer Zeit geschehen wäre. Die Vergangenheit wird in den gleichen Kategorien beschrieben wie die zeitgenössische Epoche. Die biblischen und antiken Figuren tragen mittelalterliche Kleidung. Ein mittelalterlicher Moralist schreibt den alten Römern Höflichkeit zu, die eine rein ritterliche Tugend war. Die Epochen des Alten und Neuen Testamentes sind nicht in eine direkte zeitliche Abfolge gestellt. Die Tatsache, dass die Portale mittelalterlicher Kathedralen alte Testamente, Könige und Patriarchen zusammen mit den alten, weisen und evangelischen Charakteren darstellen, entwehrt die anachronistische Haltung gegenüber der Geschichte wie nichts sonst, was bedeutet, dass ihre Einstellung zur Geschichte es so aussehen ließ, als ob alles im Mittelalter passiert wäre. Ende des 11. Jahrhunderts waren sich die Kreuzfahrer sicher, dass sie gekommen waren, um die tatsächlichen Henker des Heilands zu bestrafen und nicht deren Nachkommen. Moderne Historiker stützten ihre Beobachtungen auf die skaligarische Chronologie und glaubten, dass die mittelalterlichen Autoren aufgrund ihrer angeblichen Unkenntnis sowohl in Bezug auf Konzepte als auch auf Epochen in einen Zustand großer Verwirrung geraten waren und die antike biblische Epoche mit der mittelalterlichen verwechselt hatten. Die mittelalterlichen Maler zum Beispiel stellten die biblischen und antiken Figuren in typisch mittelalterlichen Kostümen dar. Aber es gibt noch eine andere Sichtweise auf diese Liebe zur Erklärung des Anachronismus, die besagt, dass die Menschen der Renaissance und des Mittelalters einfach nicht über ihren Lebensstil und ihre Umgebung hinausblicken konnten. Noch eine andere Erklärung ist, dass alle Aussagen der mittelalterlichen Chronographen und Künstler die Realität widergespiegelt haben könnten. Sie haben möglicherweise tatsächlich über Charaktere geschrieben und gemalt, die im Mittelalter gelebt haben, und wir betrachten sie nur deshalb als anachronistisch, weil wir der fehlerhaften Chronologie Skaligers folgen. Die skaligarische chronologische Version konnte nur eines von vielen mittelalterlichen chronologischen Konzepten verewigen. Zuvor gab es neben der einheitlichen Chronologie auch noch andere Versionen. Beispielsweise wurde angenommen, dass das heutige Heilige Römische Reich Deutscher Nation im 10. bis 13. Jahrhundert n. Christus der unmittelbare Nachkomme des antiken Römischen Reiches war, das angeblich im 6. Jahrhundert n. Christus existierte, gemäß der Skaligarischen Version. Petraker stellte fest, dass die Privilegien, die Nero Cäsar dem Haus der österreichischen Herzöge im 13. Jahrhundert n. Christus gewährte, eine Fälschung waren. Damals brauchte man noch Beweise. Für den modernen Historiker ist der Gedanke, dass der antike Cäsar und Nero Zeitgenossen eines mittelalterlichen österreichischen Herzogshauses waren, das erst 1273 n. Christus, also rund 1200 Jahre nach Cäsar und Nero seine Herrschaft angetreten hatte, natürlich ein absurder Gedanke. Die mittelalterlichen Gegner von Petraker waren jedoch anderer Meinung, da es damals Beweise brauchte. So, ich möchte das Video jetzt abschließen. Zu guter Letzt möchte ich noch darauf eingehen, was Fomenko über die Chronologie und Datierung der biblischen Texte zu sagen hat, denn das ist eines der Dinge, die das Interesse der Menschen an diesem Thema wecken. Die Datierungen religiöser Quellen sind regelrecht aus Unklarheit und Verwirrung gewoben. Die biblische Chronologie und Datierung ist sehr vage, da sie auf der Autorität spätmittelalterlicher Theologen beruht. Die wahre Entstehungsgeschichte der Bücher, aus denen das Neue Testament besteht, stimmt auch nicht mit der von der Kirche Vertretenen überein. Die Reihenfolge der neutestamentlichen Bücher, die heute verwendet wird, ist das genaue Gegenteil der von der Tradition festgelegten. Die wirklichen Namen der Autoren mittelalterlicher Bücher bleiben unbekannt. Die übereinstimmende Ansicht, dass die Bücher des Alten Testamentes den Büchern des Neuen Testaments vorausgehen, ist ebenfalls sehr fragwürdig und steht im Widerspruch zu den Ergebnissen moderner empirisch-statistischer Datierungsmethoden. Man sollte auch die Frage nach dem Alter der biblischen Manuskripte, die unsere Zeit erreicht haben, berücksichtigen. Es stellt sich heraus, Die ältesten mehr oder weniger vollständigen Abschriften der griechischen Bibel sind die Handschriften von Alexandria, Vatikan und dem Berg Sinai. Alle drei Handschriften werden auf die zweite Hälfte des 9. Jahrhunderts nach Christus datiert und bei dieser Datierung wurde der handschriftliche Stil als Grundlage für die Entscheidung herangezogen. Von den drei Manuskripten ist über den Vatikanischen Kodex am wenigsten bekannt. Niemand weiß, wie das Artefakt um 1475 in den Vatikan gelangte. Der alexandrinische Kodex wurde bekanntlich 1628 dem englischen König Karl I. übergeben. Der Kodex vom Berg Sinai wurde erst im 19. Jahrhundert entdeckt. Die drei ältesten Kodizes der Bibel tauchen also erst nach dem 15. Jahrhundert auf. Der Anspruch auf ihre Altertümlichkeit wurde durch die Autorität eines Forschers begründet, der seine Forschungen auf den Stil der Handschrift stützte. Die Idee dieser Datierungsmethode setzt jedoch die Existenz einer bekannten globalen Chronologie anderer Dokumente voraus und kann daher in keiner Weise als unabhängige Datierungsmethode angesehen werden, da sie sich auf das stützt, von dem wir bereits glauben, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt der Geschichte stattgefunden hat. Was wir mit Sicherheit wissen ist, dass diese Dokumente bis ins Jahr 1475 n. Christus zurückverfolgt werden können. Mit anderen Worten, es gibt keine anderen mehr oder weniger vollständigen altgriechischen Bibeln. Unter den einzelnen biblischen Büchern gelten die von Zacharia und Malachi als die ältesten, die auf das angebliche sechste nachchristliche Jahrhundert datiert werden, und zwar auch aufgrund des Schriftstils. Es gibt keine hebräischen Handschriften der Bibel, die vor dem neunten Jahrhundert entstanden sind. Die ältesten biblischen Handschriften sind in griechischer Sprache. Die älteste hebräische Handschrift ist ein Fragment der Prophetenbücher und wird auf das Jahr 859 nach Christus datiert. Das älteste hebräische Dokument, das das gesamte Alte Testament enthält, kann dem Jahr 1008 nach Christus zugeschrieben werden. Es wird angenommen, dass der biblische Kanon auf dem Konzil von 363 nach Christus beschlossen wurde, aber es sind keine Edikte dieses Konzils erhalten geblieben und das gleiche gilt für die vorangegangenen Konzile. Der Kanon wurde erst auf dem neuen Dreizack Konzil von 1545 nach Christus offiziell gemacht und galt bis 1563. Hier sehen wir ein Gemälde des berühmten Künstlers Titian, das eine der Konzils Sitzungen zeigt. Viele Bücher, die als Apokryph galten, wurden durch das Edikt des Tridentischen Konzils vernichtet. Es gibt auch Schwierigkeiten und Widersprüche, die sich aus der Lektüre der alten Texte ergeben. Eine der größten Schwierigkeiten besteht darin, dass das alte Hebräisch weder Zeichen für Vokale noch andere Zeichen hatte, um sie zu ersetzen. Die Bücher des Alten Testaments wurden nur mit Konsonanten geschrieben. Diese Situation ist ziemlich typisch. Auch altslawische Texte beispielsweise bestehen aus Konsonantenketten, oft sogar ohne Vokalisierungssymbole und ohne Trennung einzelner Wörter voneinander, nur aus einem endlosen Strom von Konsonanten. Auch altegyptische Texte enthalten nichts als Konsonanten. So werden selbst die Namen ägyptischer Könige in der modernen Literatur völlig willkürlich wiedergegeben und es gibt viele verschiedene Varianten, die die Aussprache dieser Wörter ohne Vokale völlig verändern könnten. Es ist möglich, dass die Knappheit und die hohen Kosten des Schreibmaterials die antiken Schreiber extrem sparsam gemacht haben und die Vokale deshalb eliminiert wurden. Wenn wir heute eine hebräische Bibel oder ein Manuskript nehmen, finden wir ein Skelett von Konsonanten, das mit Punkten und anderen Zeichen gefüllt ist, die auf die fehlenden Vokale hinweisen sollen. Solche Zeichen waren in der alten hebräischen Bibel nicht enthalten. Die Bücher waren ausschließlich mit Konsonanten geschrieben und von den Lesern nach bestem Wissen und Gewissen mit Vokalen aufgefüllt, so wie es der gesunde Menschen verstand und die mündliche Überlieferung verlangten. Stellen Sie sich vor, wie präzise eine Schrift, die nur aus Konsonanten besteht, heute wäre, wenn zum Beispiel die Kombination BLD jetzt im Englischen für Blood, Bled, Bold, Built, Boiled, Bald und so weiter stehen könnte. RVR könnte für River, Rover und Raver und so weiter stehen. Viele Konsonanten Kombinationen können auf Dutzende von Arten vokalisiert werden. Selbst für die Priester blieb die Bedeutung der Schriften äußerst zweifelhaft und konnte nur mithilfe der Tradition und ihrer Autorität verstanden werden. Die Gelehrten hatten keinen anderen Leitfaden als den eigentlichen Text, der oft mehrdeutig war, und die mündliche Überlieferung. Sie befolgen, das Hebräische, in dem sie schrieben, erlaubte oft verbale Konstruktionen, die in der alten Sprache nicht möglich waren. Die skaligarische Geschichte geht davon aus, dass dieser Status Quo viele Jahrhunderte lang vorherrschte. Es wird außerdem angenommen, dass dieses Problem erst im 7. oder 8. Jahrhundert behoben wurde und es noch im 16. und 17. Jahrhundert Streitigkeiten darüber gab. Dies könnte also bedeuten, dass die Vokalisierungen, die wir heute für die Wörter in der hebräischen Bibel verwenden, erst vor kurzem in der Renaissance eingeführt wurden. Nun gibt es auch bei der skaligarischen Geografie der biblischen Ereignisse viele Probleme. Ich werde hier wirklich nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es sieht so aus, als ob Vomenko glaubt, dass die biblischen Ereignisse in und um den Mittelmeerraum in Italien stattgefunden haben könnten. Auf jeden Fall ist die Archäologie, um die im Neuen Testament beschriebenen Ereignisse zu finden, nicht sehr ergiebig gewesen. Hier sehen wir eine Miniatur aus dem Jahr 1470. Wir sehen, wie Jerusalem von einem syrischen König geplündert wird. Jerusalem ist als mittelalterliche gotische Stadt dargestellt. Auf der Spitze eines der Türme ist ein osmanischer Halbmond zu sehen. Hier ist eine weitere Miniatur aus dem selben Buch aus dem Jahr 1470 und wir sehen den extrem antiken König Nimrod im antiken Babylon, das als gotische mittelalterliche Stadt mit Elementen der muslimischen Architektur dargestellt ist. Nimrod wird auch als mittelalterlicher Ritter in einer Plattenrüstung dargestellt. Wir müssen kurz anhalten, denn es gibt so viel in diesen Büchern, dass wir viele Stunden damit verbringen könnten. Dieses erste Buch der Reihe endet mit einem großen Abschnitt, in dem die Probleme mit der Radiokohlenstoffdatierung, der Dendrochronologie und anderen Datierungsmethoden beschrieben werden. Und ich werde hier keine detaillierte Analyse geben, denn das würde ein eigenes Video verdienen, genauso wie es einen eigenen großen Teil des Buches verdient hätte. Aber ganz kurz. Fomenko behauptet, dass archäologische, dendrochronologische, paleografische und Kohlenstoffmethoden zur Datierung von antiken Quellen und Artefakten sowohl ungenau als auch widersprüchlich sind. Daher gibt es kein einziges festes schriftliches Zeugnis oder Artefakt, das zuverlässig und unabhängig vor dem 11. Jahrhundert nach Christus datiert werden könnte. Ich möchte mich am Schluss noch bedanken bei allen, die mich unterstützen und mir wohlgesonnen sind. Dankeschön.